was geht hier ist hier am Start und willkommen zurück auf unserem YouTube Kanal das hat sich ein bisschen was verändert auf dem YouTube Kanal und ich erkläre noch warum es sich so geändert hat es hat sich ja nicht viel geändert, das ist ja so gut wie alles geblieben, die Videos sind geblieben ja bei der Zahn sich ein bisschen öhlt und sonst halt der Name hat sich geändert der Grund kommt jetzt wie ist ja vor nur dmdlp und ich fand den Namen ist halt so ja ausgeglichen aber jetzt habe ich ein Team davor gemacht und jetzt warum Team? Team ist ganz leicht weil wir im Team sind und nicht alleine ich mache die Folgen hier alle nicht alleine ich mache die mit Freunden und zum Beispiel hier mit dem Tanki und dem Darm weil wir drei sind ja die Gründer von diesem von diesem Kanal und ich nicht alleine deswegen habe ich auch Team davor geschrieben weil wir im Team arbeiten und nicht alleine, wir machen gemeinsam die Projekte und so wird es hier auch weitergehen da hat sich die Ural ja auch gerne ich habe die Ural da oben auch geändert die steht ja auch jetzt Team der Name steht Team und hier im Bande steht jetzt auch Team gut schon haben wir das mal erledigt gell? so dann Videos werden noch mehr kommen ich war gestern beim Darm der hat ein paar neue Xbox Spiele gekauft ein paar tolle Xbox Spiele die dann auch streamen werden von der PS4 aus werde ich dann noch die ganze Kampagne von Modern Warfare streamen wie machst du natürlich ähm die Kampagne werde ich durch streamen oder aufnehmen je nachdem dann kommen wir noch was weiß ich noch GTA Streams und alles mögliche Streams kann man auf jeden Fall noch genug Aufnahme vom Computer komm ich auch genug ich hab noch ein paar Spiele die wir noch machen können und jede Menge es kommt erst noch jede Menge es ist noch nicht zu Ende dann wegen den Specials ich habe ja gesagt 150 Abonnenten Special das werde ich wahrscheinlich in ein 200 Abonnenten Special umwandeln wenn wir so viele bekommen wenn es dann 200 Abonnenten Special und dann kein 100 mehr wenn wir es nicht bekommen mache ich trotzdem noch ein 100 Abonnenten Special das schon mal vorweg dann können jetzt die Leute die Lust haben bei uns in den Streams mit dabei zu sein Lust haben einfach mitzuzocken das zu erfahren mit zu labern können jetzt dabei sein die können mich in jeder Plattform adden die können mich auf Steam adden die können mich auf Skype adden die können mich auf Play, PSN adden egal ich hab ja so oder so immer alles in der Beschreibung stehen wo man mich adden kann wo wir dann gemeinsam auch noch zocken können mit den anderen beiden das können wir dann auch machen gerne so dann GTA Funny Moments und Epic Moments kam sehr gut an bei euch habe ich bemerkt und davon wird es wahrscheinlich auch noch mehr geben und auch äh so äh warum heißt denn da World2 Prestige We Mastery wird schon auch noch ein bisschen was kommen weil ich will auch mal Prestige Master werden in äh ja Call of Duty ne so viel dazu so viel dazu sonst gibt es eigentlich nichts womit ich wo ich mit drüber sprechen will das wäre jetzt mal alles gewesen dass sich der Name ein bisschen geändert hat es hat sich ja nicht viel geändert es hat sich nur ein bisschen der Name geändert und das Banner und die Ural und die Abonnenten haben sich ja ein bisschen erhöht sonst gab es ja es ist nichts besonderes halt es ist einfach so ein kleines Infovideo ne nur das paar mehr Videos und so rauskommen dann sag ich einfach mal haut rein bis zum nächsten Mal würde mich freuen wenn ihr wieder mal beim nächsten Video dabei sein würde und ja lasst die Bewertung da danke für euren krassen Support haut rein bis zum nächsten Mal euer Yoshi